Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Rider wird wiederkehren und wenn es soweit ist, wird er jeden vernichten, der es verdient hat. In neuer Gestalt wird er mächtiger sein als je zuvor. Ich habe keine Angst vor dir. Das solltest du aber. Was, wenn du brennst und pinkeln musst? Das ist ein tolles Gefühl.